Auch heuer wieder, der Wartberger Adventsmarkt. Ortsansässige Vereine werden Sie wieder mit vielen vorweihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnen. Es gibt auch wieder viele wunderschöne Handarbeiten und Aussteller. Geöffnet ist der Wartberger Adventsmarkt am Samstag, den 3., 10. und 17. Dezember jeweils ab 16 Uhr. Die Vereine und Aussteller freuen sich über ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017